Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es die Highlights vom Solo-Plattform Cash Cup. Ich habe zwar nicht alle Runden gespielt, weil ich einfach irgendwann keine Lust mehr hatte. Ja, ein paar Highlights sind trotzdem bei. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall dieses Video. Lasst, wenn es euch gefällt, auf jeden Fall ein Abo da. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr auf dem Kanal. Und lasst auch gerne Bewertungen sowie einen Kommentar auf dem Video da, damit das ein bisschen im Algorithmus hochgepusht wird. Wäre auf jeden Fall super nice und dann jetzt viel Spaß mit den Highlights. Ich habe ihn leider gerade etwas aus den Augen verloren. Richtig. Jetzt haben wir jetzt noch Sterne und bekomme ich nächstes Placement. Ich hoffe, das passt so mit der Zone. War eigentlich unnötig, dass ich hierfür nochmal dann, was weiß ich, 300 Mets gewastet habe, um hier hochzukommen. Ja, und ich muss am Ende sowieso wieder runter. Ah, GG. Jetzt natürlich einfach nicht sterben. Komm, einer muss doch sterben. Irgendjemand. Meldet sich jemand freiwillig? Ja, so geht's. Ja. Ja. Okay. Nein, ich stacke. Ich stacke. Ich stacke einfach in der Wall drin. Safe. Die Wände können ja nicht abgebaut werden. Ja, es ist jetzt egal um die Burst. Easy Kill. Ich werde mich dann mal so ein bisschen hier rechts entlang begeben. Und da hinten ist noch eine. Es sind hier so viele Gegner gerade. Nein. Wollte er Pickaxe. Swing. Ich denke mal, jetzt lässt er mich auch freiwillig in Ruhe. Jetzt habe ich das scanniert vor. Okay. Okay. Ja, Mann. Schlechte Runde. Wahrscheinlich kämpft da jetzt da vorne eine kleine Hütte drin. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, wichtig. Oh, wichtig. Ja, hat mich leider getroffen. Ich schieße uns doch nur einfach so ab, auch am besten. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Nein, 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 nein. Ja, Mann. 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 Ja, Mann.